Leute, braucht man Backlinks überhaupt noch für SEO? Ich will heute mal mit einem Experten sprechen und zwar haben wir das Ganze mal nicht geringer benannt als The German State of Link Building 2022 und dazu habe ich mir den Martin Brosi eingeladen. Er ist Managing Partner der Digitalagentur Impuls Q und Betreiber verschiedener Link Building, Marktplätze, Tools und so weiter. Also das Thema Link Building hat ja eine lange Geschichte im SEO. Es gibt viele Mythen, es gibt viele Diskussionen. Google will natürlich uns möglichst davon ablenken, dass Links vielleicht doch noch eine Funktion im Algorithmus haben könnten. Was ist Link Building heute? Link Building heute? Okay, ja, auch eine spannende Frage. Wir legen ja hier direkt los. Ja, was ist Link Building heute? Auf jeden Fall erst einmal nach wie vor Backlink Faktor oder Ranking Faktor, sorry, Ranking Faktor Nummer zwei. Backlinks, eine Traffic-Quelle. Du kannst deine Brand stärken, du kannst die Reputation verbessern, du kannst Impulse an Google geben, dass du hier scheinbar guten Content hast. Also das sind Backlinks heute eigentlich so wie immer, ja, aber vielleicht ein bisschen spannender, wie du es ja auch in der Frage jetzt formuliert hast, was ist Link Building heute? Auf jeden Fall in 2022, da wir ja dieses Jahr heute oder diese heute haben, beziehungsweise du es angesprochen hast, weniger manipulationsanfällig. Ja, du kannst eben nicht so leicht mehr Google manipulieren und auf die vorderen Plätze kommen. Es ist teurer geworden, weil der Impact der Backlinks in der heutigen Zeit auch deutlich geringer ist. Wir sind auf einem guten Weg, meiner Meinung nach, dass Backlinks auch wieder eine echte Empfehlung werden. Also Google ist schon in der Lage, ja, die Spreu vom Weizen zu trennen, gekaufte Backlinks deutlich leichter zu erkennen, Spam leichter zu erkennen. Und natürlich ist Link Building nicht mehr so isoliert zu betrachten, wie es vielleicht noch vor ein paar Jahren war. Das ist mehr ganzheitlich, ja, dieses Konzept. Du kannst eben die besten Backlinks haben, wenn deine On-Page-Faktoren nicht stimmen oder die UX, also alles summa summarum, dann ist das natürlich auch schwieriger oder die Impacts werden geringer. Das ist Link Building für mich heute in 2022. Ja, es gibt durch, nicht zuletzt durch den Pinguin-Algorithmus auch viele Ängste, viele Sorgen, viele schlechte Erfahrungen. In der Vergangenheit wurden natürlich auch viele Dinge falsch gemacht. Ich habe auch immer so das Gefühl, der Hashtag Link Guides, ja, der ist wirklich so in der deutschen Internetkultur vertreten. Also wenn man sich so ein bisschen im englischsprachigen Bereich das Ganze anschaut, hat man das Gefühl, da sind auch die ganzen Medien, die traditionellen Medien, viel digitaler, tauschen sich aber auch viel stärker mit den klassischen Online-Medien und ja, auch Internet-Persönlichkeiten aus. Blogs sind viel üblicher, Social Media und so weiter. Da gibt es nicht so einen Graben eigentlich dazwischen, ja. Wenn man heute es vielleicht mal in die Presse schafft, dann einen Link zu bekommen, da sind schon, das ist schon quasi ein heißes Eisen, was man gar nicht anfassen will. Vielleicht nochmal ganz kurz deine Perspektive. Wie kommt es zu diesem Link Guides und ja, haben wir die Schockstarre nach dem Pinguin-Update überstanden in Deutschland? Ja, definitiv. Also ich kenne ja noch eine Zeit, wo man durchaus nach gewissen Updates oder Abstrafungen auch von Link-Marktplätzen sich arg zurückgezogen hat vom Link-Building, ja. Und in den letzten Jahren hat es definitiv auch eine Renaissance erlebt. Ja, Link-Building ist wieder en vogue, wenn man so möchte. Und es ist teilweise sogar so, dass weniger aufs Risiko geschaut wird. Also, um es jetzt mal ganz lapidar zu formulieren, teilweise wird wie blöde, zum Beispiel, werden wie blöde Links gekauft, ja, ohne mal zu schauen, ob der Link wirklich was bringt, ob die Metriken stimmen und so weiter, ob Google das eventuell doch entdecken könnte. Das liegt aber zum großen Teil, zumindest meiner Erfahrung nach oder eine Hypothese dazu, daran, dass Google eben diese Links teilweise einfach nicht mehr wertet und ohne da gleich eine riesen Abstrafung für denjenigen, der den Link aufgebaut hat, ja, durchzuziehen, sondern einfach sagt, du, der Link zählt einfach nicht, investiere mal schön weiter in Backlinks, aber es bringt dir halt einfach nichts. Du weißt es nicht, du kaufst weiter Links, während die Konkurrenz auf Content setzt und dich dann eigentlich outperformt. Das ist eine spannende Sicht. Es wird ja auch immer wieder darüber diskutiert, sozusagen, was macht denn einen Backlink wertvoll? Du hast das ja eben auch schon gesprochen, dass der Backlink was bringt. Oder wie kann man das überhaupt quantifizieren? Wie kann man vielleicht sogar den Effekt messen? Also, was bringen denn Backlinks? Das ist natürlich eine schwierige Frage und ich glaube, du bist dir dem auch bewusst, dass man das gar nicht so ganz pauschal beantworten kann. Aber erst mal Backlinks bringen etwas, wenn man den Studien glaubt. Sagen wir es mal so, ja. Also, ich werde jetzt mal kurz ein, zwei Studien vielleicht nennen oder interessante Ergebnisse daraus. Erst mal kurz zu Studien. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ja, weil die Methodik nicht immer ganz einwandfrei ist. Und die Datenanalyse, die die Tool-Anbieter zum Beispiel hier durchführen, eignen sich maximal zur Generierung einer Hypothese, aber nicht wirklich gelten sie als Beweis. Ja, das mal ganz kurz vorab. Also, sprich, solche Studien stehen immer auf sehr wackeligen Beinen. Ich habe hier mal eine Studie, die ich ganz interessant finde, ja. Die war aber auch aus dem Jahr 2020. Das fällt übrigens sehr, sehr oft auf, dass die Studien sehr, sehr weit zurückliegen. Ja, so aktuelle Studien gibt es tatsächlich gar nicht. Und hier gab es oder war ein Ergebnis davon von Ahrefs und zwar 2020, dass es eine Korrelation durchaus gibt zwischen Anzahl der Backlinks und der vorhandenen Ranking-Position. Also, desto mehr Referring-Domains du hast, ja, also verweisende oder eingehende Links, desto besser ist die Ranking-Position. Und interessant auch hier, ja, ihr kennt vielleicht von Ahrefs auch das Domain-Rating. Da gab es zum Beispiel gar keine Korrelation. Also, wenn ihr euch jetzt bei der Bewertung von Links auf das Domain-Rating beruht, ja, und sagt, okay, ich nehme immer nur ein DR von 40 oder DR von 50, dann gab es hier keine Korrelation zur Ranking-Position. Das fand ich ganz spannend. Aber es gibt auch andere Studien, die kennt ihr mit Sicherheit auch, zum Beispiel, dass der Platz 1 3,8 Mal mehr Backlinks hat als Platz 2 bis 10. Jetzt ist hier aber, vielleicht abschließend dazu, die spannende Frage natürlich, was war als erstes da? Haben die Backlinks dafür gesorgt, dass derjenige auf Platz 1 kommt? Oder war es der Platz 1, der denjenigen so viele Backlinks gebracht hat? Diese Frage ist nur sehr, sehr schwer zu beantworten. Generell, um das jetzt vielleicht mal ein bisschen konkreter zu sagen, generell gilt, um den Erfolg von Backlinks zu messen, machen sehr wenige, ja, kenne ich aus Erfahrung, aus meinem täglichen Alltag. Unsere Kunden machen das in der Regel sogar gar nicht, ja. Empfehlen möchte ich es dir trotzdem. Such dir einen Rank-Tracker raus, ja, gib deine Ziel-URL ein und dein Fokus-Keyword und dann baust du Backlinks auf. Du siehst ja, okay, du bist aktuell auf Platz 50. Dann baust du konkret Backlinks auf, ohne vielleicht etwas am Content zu ändern. Und dann wirst du relativ schnell merken, ob der Backlink oder die Backlinks etwas bringen. Das Ganze ist, wie gesagt, sehr, sehr individuell, weil es gibt noch 199 andere Ranking-Faktoren. Du hattest ja auch noch gesagt, sozusagen der direkte Effekt ist die eine Sache. Das kann man natürlich versuchen, so isoliert zu betrachten. Aber es gibt ja auch noch diverse indirekte Effekte, ja. Du hattest gesagt, Traffic zum Beispiel, ne. Also ich habe früher, 1998, als ich angefangen habe, Websites zu bauen, Linktausch betrieben, um Besuche auf meine Website zu bekommen. Da habe ich noch gar nicht daran gedacht, dass das vielleicht auch indirekt Besucher noch über die Suchmaschinen bringt. Und auch das ist ja ein Thema, sozusagen die Link-Position, der Link-Text, ja. Irgendwie aus SEO-Sicht versucht man den Link doch immer so unauffällig wie möglich zu gestalten, damit es nicht auffällt. Aus Marketing-Sicht sollte man aber ja eigentlich darauf achten, dass der Link auch Klicks bringt. Und da gab es ja auch lange Zeit sozusagen Diskussion. Fließt das jetzt bei Google mit ein? Sind Backlinks, die tatsächlich auch Klicks messbar bringen, mehr Wert? Haben die einen größeren Einfluss? Wie stehst du dazu? Ja, schwierig. Also erstmal kann ich mich daran erinnern, dass zumindest man mit Katz sagte, dass Traffic generell erstmal kein Ranking-Faktor ist, ja. Ich glaube, da sind wir uns einig, auch wenn es vielleicht insgeheim in der SEO-Bubble manchmal oft oder oftmals anders kommuniziert wird oder gewünscht wird. Aber wenn Traffic ein Ranking-Faktor wäre, dann wären halt ja Erotik-Seiten oder Katzenbilder-Seiten wahrscheinlich immer auf Platz 1, ja, weil die sehr, sehr viel Traffic haben. Nichtsdestotrotz möchte ich dem, was du jetzt gesagt hast, eigentlich nicht widersprechen. Wenn ein Link innerhalb eines redaktionellen Artikels geklickt wird, dann würde ich schon behaupten, dass das gut ist, ja. Wenn die CTR dort relativ hoch ist, wenn der Link-Building-Artikel oder der redaktionelle Artikel viel Traffic besitzt, Keyword-Rankings erzielt und so weiter, dann ist das erstmal per se gut, weil, wie du ja schon 1998 das gemacht hast, dass man eventuell eben auch Traffic darüber erhält, ja. Und das ist für mich so ein Punkt, der wird viel zu selten diskutiert in der Szene. Backlinks können Traffic bringen, vorausgesetzt, man kauft halt nicht PBN XYZ als Link-Quelle. Dann lass uns doch mal zu den Link-Aufbaumaßnahmen und so den verschiedenen Arten von Backlinks geben oder Arten, wie man Backlinks aufbauen kann. Da gibt es ja ganz, ganz viel und das Ganze hat sich ja auch in der Zeit entwickelt. Ich würde mal rückwärts anfangen, was gerade so in meiner Bubble en Vogue zu sein scheint, ist die digitale PR. Man sieht jetzt bei fast jeder SEO-Agentur, ja, digitale PR wird irgendwie Leute eingestellt, es werden tolle Case-Studies gezeigt, auch im englischsprachigen Bereich, auch in UK, wenn man jetzt mal nicht ganz so weit im englischsprachigen Bereich schaut, ist das ein Riesenthema. Es hat so ein bisschen das Content-Marketing ersetzt, ja, was vielleicht auch noch ein zweites Thema sein kann. Ja, was ist digitale PR und bekomme ich in Deutschland über PR wirklich Backlinks? Weil, wie ich das schon mal ansprach, die Presse ist eigentlich eher allergisch auf Backlinks. Wenn ich mit meinen Kunden spreche und denen sage, hey, wenn ihr Pressearbeit macht, sagt doch mal der PR-Agentur, die soll auch immer versuchen, den Link zu bekommen. Dann sagen die, oh, dann kündigt uns die PR-Agentur, das können wir gar nicht ansprechen, das Thema, das ist ein Tabuthema. Wie siehst du das? Interessante Perspektive, die du darauf hast und die Entwicklung, die du siehst, dass jetzt alle eben digital PR bei sich auf den Webseiten stehen haben, dass da so ein Trend diesbezüglich entsteht, das verfolge ich auch so. Also, oftmals muss man hier ein bisschen differenzieren. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als Links ein bisschen abgestraft wurden seitens von Google. Da haben sich auch alle Agenturen umbenannt und am Ende war das trotzdem einfach nur ein Kauf von Backlinks, ja. Ich möchte den digital PR-Agenturen das jetzt überhaupt nicht unterstellen, aber ich erlebe es auch im Alltag, dass teilweise einfach auch Links zugekauft werden und dem Kunden dann vermittelt wird, hey, das ist alles digital PR. Ja, tatsächlich ist es in einigen Fällen zumindest, so wie ich es erlebt habe, auch anders. Digital PR oder Pressearbeit ist schwierig, ist aufwendig, absolut. Man sollte sich da immer Profis mit zuholen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir immer explizit auf unsere Partner hinweisen, dass wir eben auch Backlinks haben wollen, ja, wenn die uns schon erwähnen und so weiter. Es ist ein sehr schmaler Grad, weil der Redakteur dann natürlich von außen eine gewisse Ansage bekommt und dann irgendwie gar nicht mehr journalistisch frei ist. Es wirkt ja oftmals so ein bisschen, könntest du bitte, wenn du es nicht tust, dann sind wir unzufrieden und so weiter. Da reagieren die tatsächlich allergisch, ja. Ich bin immer froh, wenn wir es hinkriegen, ja, also jetzt zum Beispiel von Focus oder so, wenn wir da redaktionell für unseren Kunden was hinkriegen und da eine Verlinkung entsteht. Pauschal darauf kann man nur hoffen, dass sie es tatsächlich machen und es aktiv angehen, dass die PR-Agentur dann direkt kündigt, ja gut, halte ich etwas für überzeichnet, ja. Ja, es gibt ja auch noch im Online-Marketing so das Schlagwort Online-PR, ja, das war früher so diese ganzen Portale, wo man auch Sachen reingepackt hat. Das darf man aber mit Digital-PR nicht so richtig verwechseln oder zumindest ist es in meinem Kopf so, ja, dass so irgendwie so ein bisschen dieses Digital-PR halt wirklich so ein bisschen mehr dieses Earning, ja, Link-Earning ist. Und, ja, das Online-PR-Thema eher so dieses klassische Link-Seeding, ja, ich stelle irgendwo eine Pressemitteilung ein und dann versuche ich das möglichst geschickt zu machen, sodass das von möglichst vielen quasi weiter verteilt wird über Feeds und so weiter. Aber wir haben ja eben auch schon mal angerissen das Thema Content-Marketing. Das war ja so, du hast es eben schon gesagt, nachdem so Backlink-Link-Aufbau abgestraft wurde, gab es plötzlich ganz viele Content-Marketing-Agenturen. Ich glaube, da hat sich der Markt zumindest jetzt aus der Online-Digital-Agentursicht ein bisschen abgekühlt, ja. Es wurde ja lange Zeit so als der goldene Weg, als der heilige Gral verkauft. Aber ich glaube, da sind viele in der Realität angekommen und haben gemerkt, ja, es ist unheimlich aufwendig, so viel Content zu produzieren und das garantiert immer noch keine Backlinks. Wie sind deine Erfahrungen mit Content-Marketing? Content-Marketing hat vor allen Dingen den Vorteil, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu so einer klassischen Broken-Link-Strategie, dass Content-Marketing-Kampagnen bei der Zielgruppe immer auch einen gewissen Coolheitsfaktor haben. Also, wenn du eine coole Content-Marketing-Kampagne machst, dann erreichst du A, sehr, sehr viele Leute und es zahlt extrem auf die Brand ein, ne. So ein Gastartikel oder so wird jetzt die Zielgruppe, die machst du jetzt nicht unbedingt als cool empfinden, ja. Eine Content-Marketing-Kampagne ist da schon mal deutlich was anderes. Zum Beispiel jetzt der Vortrag, den ich gemacht habe, jetzt bei der Campix, ist ja auch nichts anderes irgendwie als ein Content-Marketing-Produkt. Ich erstelle sehr, sehr guten Content in Form eines Vortrages, präsentiere ihn der Zielgruppe, nehme ein YouTube-Video auf und das Ergebnis war dann eben, dass wir beide zum Beispiel, ja, uns connected haben und dass wir zum Beispiel in die Website-Boosting gekommen sind und Links aus Recaps erhalten haben, ja. Also, Erwähnungen von Teilnehmern, die auch auf der Campix waren. Ja, das kann auch Content-Marketing sein. Ich glaube, dass Content-Marketing heute viel mehr als Content-Marketing tatsächlich verstanden wird. Damals hatte ich das Gefühl, dass oftmals ein guter Inhalt geschrieben wird, der Content, der Inhalt ist top, aber das Marketing wurde irgendwie nie gemacht, ja. Und dadurch sind viele ein bisschen, wie soll man sagen, die Ergebnisse waren ernüchternd, weil sie dachten, okay, ich habe einen guten Content, der seedet sich ja irgendwie von selbst. Ist gar nicht der Fall, ja. Also, wenn du 10.000 Euro in den Content investierst, müsstest du auch 10.000 Euro in den Outreach investieren. Und das haben viele lange Zeit nicht gemacht, das ändert sich, glaube ich, aktuell, sodass hier tatsächlich Content-Marketing auch wirklich ein gutes Mittel ist zur Generierung von Reichweite in sozialen Medien, aber eben auch in Backlings. Ich kann mich auch selbst an unsere Sexismus-Kampagne sehr gut, ich glaube, letztes Jahr erinnern. Die ist eigentlich innerhalb unserer Bubble sehr gut eingeschlagen. Also, wir haben über 120 Teilnehmer gehabt, wir konnten ein bisschen Geld einsammeln, wir haben viel Social-Media-Reichweite erzeugt und haben dieses, das ist das Wichtigste vor allen Dingen, dieses Thema Sexismus innerhalb der Online-Marketing-Branche wirklich in den Markt gedrückt, ja, oder in die Zielgruppe zum Nachdenken, ja, der einiger Teilnehmer bewirkt, ja, was immer gut ist. Also, von daher würde ich sagen, Content-Marketing ist absolut immer noch ein gutes Mittel, aber es ist aufwendig, so viel, vieles, ja, und das ist vor allen Dingen auch teuer. Und desto stärker die Brand ist, desto erfolgreicher kann auch Content-Marketing sein. Du hast ja eben schon Outreach angesprochen. Das ist ja so ein Punkt, der auch sehr schwierig ist, ja, gerade in Deutschland, wir haben ja relativ harte Gesetze und Rechtsprechung, was Spam anbelangt, ja, also, ich kenne Fälle, da wurden typische Interview-Anfragen abgemahnt mit Erfolg vor Gericht, ja, also, Outreach, ja, wir haben, ich sag mal, ich will nicht zu viel verraten, aber wir haben uns daran auch natürlich ausprobiert und wir testen ja alles und probieren alles aus, aber da hat man manchmal das Gefühl, man kontaktiert da Tausende, vielleicht über die Zeit, Zehntausende Leute, hat Bauter im Grunde genommen, hart gesagt, eine große Spam-Maschinerie auf, ja, und was kommt dann am Ende raus? Ja, eine Handvoll Backlinks. Also, wie effizient ist denn Outreach eigentlich, gerade auch wieder vor dem Hintergrund dieser deutschen Link-Guides-Philosophie? Weil, wenn wir dann Antworten bekommen, wenn überhaupt haben, ja, in der Vergangenheit, dann war das, entweder schreib mich nie wieder an, mein Anwalt, ich komme vorbei, ja, oder, ja, hier ist meine Preisliste. Also, kann ich dann nicht gleich Backlinks kaufen? Absolut. Also, erst mal auch eine spannende Beobachtung, ja, beobachten wir selbst auch. Mittlerweile ist die deutsche Link-by-Link-Szene oder die deutsche Publisher-Szene, müsste man eher sagen, so versaut, dass sie, also in Anführungsstrichen versaut, ich kann es ja nachvollziehen, aber im Endeffekt wissen sie ganz genau, dass, wenn man so eine Outreach-Mail bekommt, dass man einfach auch Geld verlangen kann, ja, und dann schicken sie dir halt die Preisliste. Dass man negativ eine E-Mail zurückbekommt, erleben wir auch ab und zu, aber ist jetzt eher selten der Fall tatsächlich, aber ich will dir hier mal ein konkretes Beispiel sagen, weil du ja die Erfolgsquote angesprochen hast, dass sie sehr, sehr gering ist und Ahrefs hat auch hier eine coole Case-Study gemacht und zwar haben sie die Skyscraper-Technik angewendet, also sie haben Statistiken, ja, Statistiken erstellt und gesammelt und haben dann einen Riesenbeitrag gebaut zu den neuesten SEO-Statistiken, ich glaube 63 in Summe. Und Skyscraper-Technik bedeutet ja, es gab schon vorhandene Inhalte, sie haben aber einen besseren Inhalt gebaut, also haben den deutlich besser als die Konkurrenz gestaltet und auch aktualisiert, ja, also Statistiken haben immer das Problem, dass man die Beiträge einmal schreibt und dann für zwei, drei Jahre nicht mehr anfasst, denn sie sind die Statistiken schon veraltet. Und dann haben sie im nächsten Schritt die Publisher angeschrieben, die auf die anderen Statistikseiten gelinkt haben und so haben sie halt gesagt, hey, wir haben hier einen besseren Content, der ist aktuell, wollt ihr uns nicht verlinken. Summa summarum haben sie 515 E-Mails versendet und daraus generiert 36 Backlinks von 32 Webseiten, also 32 verweisende Domains, Referring-Domains. Und die Erfolgsquote, wenn man es jetzt mal runterrechnet, liegt dann also hier bei 6,99 Prozent. Das ist relativ, ja, ist es normal, ja, also ich glaube, Christian, du hast... Die 7 Prozent habe ich auch schon mal gehört, ja. Ja, genau, also das ist so, ist okay, ja, ich kenne auch deutlich schlechtere Werte, tendenziell. Dann kann man aber eben sagen, dass man hier sehr, sehr viele E-Mails raushauen muss, um eine Handvoll Backlinks zu generieren. Natürlich sind die extrem themenrelevant, damit auch extremst wertvoll. Weil sie ja wahrscheinlich dann eben auch aus dem SEO-Bereich stammen. Und das kann Ahrefs natürlich sehr, sehr vielen helfen. Das Schöne an der Studie ist, könnt ihr ja mal googeln, bei Case Study, Ahrefs 63 SEO-Statistiken für 2020. Und das Schöne ist, dass sie hier den ganzen Prozess darlegen, inklusive auch dieser Outreach-E-Mail. Weil oftmals scheitert es ja, man sitzt dann so, wie schreibe ich jetzt eigentlich die Publisher an? Das schreiben die dort auch direkt an, wie sie es gemacht haben. Vielleicht kurz ein, zwei Tipps noch zum Outreach. Generell würde ich immer empfehlen, ich weiß, machen viele nicht gerne, aber Erstkontakt E-Mail, Zweitkontakt dann auch mal das Telefon. Ja, also man sollte ab und zu mal zum Hörer greifen. Finde ich sehr, sehr wichtig. Ein Follow-up machen. Vergessen auch viele, sie schreiben pro Tag tausend Leute an im Team und dann wird das Follow-up in der nächsten Woche oder in den nächsten drei Tagen eben leider vergessen. Sehr, sehr schade tatsächlich. Immer eine persönliche Ansprache. Ich weiß auch, das ist relativ schwierig, aber dann muss man das E-Mail-Template halt so gestalten, dass es wirklich persönlich wirkt. Ja, ich habe vor, letzte Woche habe ich eine E-Mail gekriegt, da steht dann Insert-Blog-Name. Ja, also sie haben, irgendwie hat das System nicht ganz funktioniert und haben dann diese Platzhalter irgendwie mir mitgesendet. Fand ich auch ein bisschen seltsam. Ja, wie gesagt, Follow-ups kann man aber per Telefon machen, aber auch via LinkedIn oder Facebook. Ja, auch das funktioniert am besten, damit immer eine persönliche Ebene herstellen. Bei uns zum Beispiel bei der Content-Marketing-Kampagne zum Thema Sexismus, da wir sehr in der Bubble natürlich gut vernetzt sind, haben wir das auch über Facebook. Oder ich habe sehr viel über Facebook gemacht und es hat wirklich zum Erfolg geführt. Also prinzipiell würde ich auch immer empfehlen, wenn man das für sich selbst macht, die Zielgruppe genau beschreiben und gucken, ist man wirklich in der Zielgruppe auch irgendwie aktiv. Also hat man da ein gewisses Netzwerk, hat man da ein Draht, hat man da ein gewisses Standing, weil desto besser dein eigenes Standing ist, desto mehr greifen das die anderen natürlich dann auch irgendwie auf. Letzter Satz, ich habe jetzt sehr, sehr viel gesprochen, aber ich weiß noch ganz genau, vor, ich habe es glaube ich noch nie erzählt, beim Xovi-Lichter-Contest, das ist ja schon ewig lange her, da hatte ich auch eine Infografik gemacht mit den zehn besten SEOs. Mich kannte damals kein Mensch. Und diese Infografik ist einfach nirgends eingeschlagen. Also keiner hat die aufgegriffen, keiner hat meinen Facebook-Post kommentiert. Und das Wilde war, da sieht man den Jugendlichen Leichtsinn und die gewisse Arroganz. Bei den zehn SEOs habe ich mich natürlich mit reingenommen. Also die zehn erfolgreichsten, besten SEOs inklusive Martin Brosi von vor zehn Jahren. Das kann ja gar nicht funktionieren. Ich wollte also so ein bisschen Halo-Effekt von Karl Kratz und Co. mir nehmen, hat aber tatsächlich gar nicht funktioniert. Heute würde es deutlich besser funktionieren, weil man ein Standbein in der Szene hat. Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, neben der reinen Copy und so diesen sehr taktischen Sachen, sollte man auch wieder sehr stark darüber nachdenken, ist ja im Prinzip Vertrieb. Und beim Vertrieb und genauso wie beim Linkbuilding denkt man ja oft daran, was will ich von dem anderen. Und wenn man sich jetzt ein bisschen damit beschäftigt, dann ist ja sozusagen immer eine schlaue Idee zu überlegen, okay, was braucht denn der andere vielleicht? Wie kann ich dem halt vielleicht erst mal helfen, um dann vielleicht auch sozusagen einen Gefallen zurückzubekommen von der Person, ja? Das ist, glaube ich, immer so ein spannender Teil. Wir haben da für uns über die Zeit tatsächlich so verschiedene Aspekte rausgearbeitet, neben eben diesem klassischen, ja, what's in it for me? Also für den Empfänger auch, ist der Empfänger überhaupt eine geeignete Zielgruppe, ja? Also ich kann natürlich sagen, also es sollten halt Leute sein, die irgendwie online-affin sind, die eine eigene Website haben, die auf der Website auch mal irgendwie was schon mal schreiben oder auch mal vielleicht was anderes verlinkt haben. Das bringt mir ja nichts, wenn das sozusagen nur so eine Webvisitenkarte ist, wo nur die Adresse draufsteht. Dann brauche ich vielleicht eine Zielgruppe, wovon es auch genug gibt. Wir haben ja gerade schon über Quantitäten gesprochen. Wenn ich jetzt mir eine tolle Kampagne überlege, wo es aber nur fünf Leute im deutschen Internet gibt, die sich dafür interessieren könnten, dann ist es schon zum Scheitern verurteilt, ja? Also so ein paar Aspekte, wo gibt es vielleicht eine Zielgruppe, der ich selber auch helfen kann? Wo sind genug Leute da und sind die auch halbwegs online-affin, haben die eine eigene Website, die ein bisschen was darstellt, ja? Wir haben da eine Kampagne auch für den Kunden gemacht und das ist wirklich ganz witzig. Ich habe extra parallel gerade noch reingeschaut, deswegen habe ich so ein bisschen gestockt und habe mal ausgerechnet. Das lief über mehrere Monate und da haben wir auch also eine dreistellige Anzahl an Verlinkungen bekommen und tatsächlich fast exakt natürlich gerundet. Du darfst es raten, die Erfolgsquote sieben Prozent, ja? Also es ist wirklich Wahnsinn, dass sich diese Zahlen immer wieder so 6,9169, ja, habe ich gerade ausgerechnet, Prozent so durchsetzen. Aber da sind eben genau diese Dinge quasi so wie diese Sterne, die man quasi in eine Reihe bringen muss. Wenn eine dieser Komponenten, das ist wie Multiplikatoren, wenn einer dieser Multiplikatoren Null ist, ja, also die Zielgruppe zu klein ist, dann kommt am Ende Null raus. Wenn die Zielgruppe nicht online-affin ist, kommt am Ende Null raus. Wenn die Zielgruppe dich gar nicht braucht, ja, weil sie sagt, hey, ich bin Handwerker, ich habe nur eine Wettvisitenkarte, ich werde gerade zugeworfen mit Geld und Aufträgen. Wo willst du dann da helfen, ne? Dann kannst du die auch anschreiben, wie du willst. Die haben sowieso nur eine T-Online-Adresse und so weiter, ne? Also da merkt man dann schon ganz viele Sachen, die vielleicht gar nicht passen könnten. Ja, lass mich ganz kurz dazu noch ein, zwei Sachen sagen, weil du das auch nochmal richtig formuliert hast zum E-Mail-Template, dass man einen gewissen Vorwärtsgefallen auch tun sollte, vor allen Dingen immer vor dem Hintergrund, dass 48% der Sales-Mails, ja, die rausgehen, innerhalb der ersten fünf Minuten gelöscht werden, ja. Und 24% aller Sales-Mails werden überhaupt erst gelesen, ja, und wenn man jetzt Outreach ist, ja, irgendwie auch so eine Art Verkauf, ne? Man preist sich und seinen Inhalt, seinen Content-Piece an. Da gibt es aber auch eben verschiedene Kniffe, ja. Also beispielsweise, wenn du die Betreffzeile halt in Großbuchstaben schreibst, dann hast du, verringert sich die Antwortwahrscheinlichkeit um 30%. Also sollte man nicht in Großbuchstaben schreiben. Wenn man eine Präsentation gleich vorab mitsendet, dann verringert sich die Antwortwahrscheinlichkeit um 50%. Das sind so kleine Kniffe. Klar, das sind jetzt wieder Statistiken, muss man ein bisschen aufpassen, das ist sehr individuell. Aber wenn man damit beginnt, sollte man sich auch mal damit wirklich auseinandersetzen. Kommen wir jetzt nochmal zur Abkürzung, weil auch das ist ja immer, wir stellen unseren Kunden immer alle Möglichkeiten vor, die es gibt und wollen den Kunden eigentlich so gut wie möglich informieren und dann, damit er dann in der Lage ist, sozusagen, wie man so schön sagt auf Englisch, eine informed decision zu treffen. Und da kommt dann natürlich auch oft raus, wenn man ehrlich ist, ja, das ist unheimlich viel Aufwand, ja. Wir können damit vielleicht Backlinks aufbauen, aber, ja, wenn wir jetzt mal von Outreach sprechen, das ist ja dann auch nicht diese Digital PR, wo man dann von der Build und vom Fokus und so weiter Backlinks einsammelt, sondern es ist dann schon eher so die Masse, sag ich mal. Und der Aufwand ist aber relativ groß. Wenn man das dann wieder mit irgendwelchen Metriken, ja, du hast es schon ein paar genannt, ne, gibt ja so Domain-Metriken, die man sich angucken kann, gegenrechnet, dann zahlt man relativ viel pro Backlink, gemessen auch an der möglichen Wertigkeit, wie man es auch immer irgendwie festhalten kann. Viel Traffic haben diese Seiten ja auch oft auch nicht, ne. Da kommt dann schon oft der Gedanke, naja, dann lass uns doch einfach direkt Links kaufen, weil dann können wir ein Budget definieren, dann wissen wir, aus dem Budget können wir so und so viele Seiten rausholen. Die Seiten haben, wenn man es richtig macht, eine gewisse gesicherte Qualität, da gibt es einen gewissen Redaktionsprozess und dann weiß man, was auf einen zukommt. Und Linkkauf, ja, ist international, aber auch in Deutschland ja immer noch ziemlich etabliert. Hat sich vielleicht ein bisschen verändert, du hast es schon gesagt, ja, diese PBN-Netzwerke, also dass Agenturen im Prinzip einfach nur lauter Zombie-Seiten betrieben haben und die dann untereinander verlinkt haben, damit die dann möglichst teuer Backlinks verkaufen können. Die Zeiten sind größtenteils vorbei, sagen wir mal, zumindest im Linkkauf, das gibt es natürlich immer noch sonst, aber im hochwertigen Linkkauf, im Premium-Linkkauf, da ist das ja, spricht man ja wirklich mit Fernsehsendern, Radiosendern, Regionalzeitschriften, überregionalen Zeitungen und so weiter, ja. Warum nicht einfach direkt kaufen? Ja gut, die Fragen sind sehr, sehr gut, ja. Ich sage jetzt, glaube ich, schon zum x-ten Mal, wie gut die Frage ist, ja, warum nicht einfach kaufen? Warum nicht einfach nicht kaufen? Fragen? Also, schau mal, im Endeffekt ist es so, du kannst natürlich auf Link-Marktplätzen beispielsweise, ja, Links einfach einkaufen. So, diese Möglichkeit hast du, es gibt x Link-Marktplätze da draußen, alle sehr gut, ja, ich will da gar nichts schlecht reden, die machen einen guten Job, wir betreiben ja selbst rankcider.de. So ein Kauf von Links eignet sich meiner Meinung nach immer erst, wenn du selbst in der Lage bist, tatsächlich Links zu beurteilen. Ja, wenn du es nämlich nicht schaffst, Links zu beurteilen, dann orientierst du dich oftmals am Preis, hast nicht die entsprechenden Metriken, kannst das gar nicht interpretieren richtig und dann könntest du dir vielleicht ins eigene Bein schießen. So, das wäre so die erste, die erste Kritikpunkt. Also, wenn du Links wirklich beurteilen kannst, dann geh über den Link-Marktplatz und such dir deine eigenen Links aus, beurteile sie und kaufe sie, ja, das dazu. Wenn du das aber kannst, dann ist das eine durchaus legitime Strategie, ja, weil gerade bei Link-Marktplätzen fällt halt oftmals diese Agentur-Zwischenschritt weg, ne, also ja Zwischenhändler, weil du direkt beim Publisher einkaufst, so. Damit wird es erstmal tendenziell günstiger. Und die Link-Marktplätze sorgen natürlich auch dafür, dass es das richtige Verzeichnis ist, dass der Content vernünftig geliefert wird, also alles auch ein bisschen in Deadlines, es ist keine Blackbox, wird jetzt heute veröffentlicht, wird nicht veröffentlicht. Also, man kann relativ gut skalieren, ja. Wie gesagt, ich kann es sehr kurz beantworten, wenn man nicht in der Lage ist, Links zu bewerten, dann würde ich davon tatsächlich Abstand nehmen und mich lieber auf eine professionelle Agentur konzentrieren. Punkt zwei ist, dass solche Link-Marktplätze oftmals, oftmals auch Links haben, die überall natürlich irgendwie verkauft werden, ja, sei es in Excel-Listen, sei es in E-Mails, sei es in Facebook, sei es auf anderen Link-Marktplätzen, die sind relativ bekannt als Link-Verkäufer. Solange die Metriken stimmen, scheint es so, dass Google das jetzt noch nicht so wirklich entdeckt hat, ja, kann sich aber relativ schnell auch ändern, ja. Also, das Risiko einer Abstrafung des Publishers ist deutlich höher, als wenn du jetzt, sag ich mal, zu einer Agentur gehst, die ganz klar sagt, hey, wir haben hier exklusive Seiten oder wir haben hier Seiten, die sind nicht in Link-Marktplätzen eingetragen, dass du dann eben längerfristig davon definitiv was hast, weil der Publisher immer noch, ja, gut geführt werden kann, weil er keine Abstrafung erhalten hat. Ja, du hast eben schon diese Excel-Listen angesprochen. Das ist ja auch so ein ominöses Business, ja. Also, es zirkulieren diverse Excel-Listen. Es gibt Player, die sind da sehr diskret, ja, was ich glaube, was ich auch finde, was angemessen ist. Es gibt aber auch Player auf dem Markt, die richtig auf die Kacke hauen, um es mal auf Deutsch zu sagen, ja. Die auf Xing jeden anschreiben, der nicht bei drei auf dem Baum ist, ja, vielleicht auch mittlerweile auf LinkedIn, die alle möglichen, ja, Outreach-Versuche machen, die einem Gutscheine zuschicken, die einem Energydrinks zuschicken, die einem 13-mal im Monat anrufen, wo man wirklich das Gefühl hat, okay, die klopfen so stark auf den Busch, das muss doch irgendwann schief gehen. Also, gerade da ihr ja auch einen Link-Marktplatz betreibt, das ist ja auch so ein Thema, für den wird man ja auch irgendwo werben, der ist ja auch irgendwo öffentlich sichtbar. Also, wie ist da die Balance und was würdest du da raten? Also, wenn jemand bei Xing mich anschreibt und sagt, ja, ich verkaufe dir hier tolle Links und vielleicht sogar auch schon die ersten paar Publisher nennt. Ja, das ist ein Thema, mit dem ich mich sehr, sehr intensiv tatsächlich auseinandersetze. Also, vielleicht möchte ich hier mal ganz kurz so ein paar Dinge auseinanderhalten. Also, prinzipiell, dass Link-Building-Agenturen zum Beispiel Energydrinks schicken, ja, das deutet eigentlich darauf hin, dass das Business als solches ein bisschen schwieriger geworden ist. Es sind viele Player da, Vertrieb muss irgendwie eiskalt gemacht werden und zwar relativ erfolgreich, weil sonst ist der Kunde bei einer anderen Agentur und um jeden Kunden wird hier offenbar auch in Deutschland, das merken wir auch selber, gekämpft. Das ist das eine. Was ich immer auch wichtig finde, ist, wenn du den Eindruck erhältst, dass derjenige jetzt zum Beispiel über Xing etwas schickt oder über LinkedIn und direkt mit Webseiten kommt oder direkt mit Excel-Listen, ich würde mich da immer trotzdem fragen, hey, wie gut kennt der sich eigentlich wirklich mit Links aus? Weil eine Excel-Liste zu besorgen mit Links ist relativ schnell. Also, ein Link-Building-Business könnte ich dir in einer Woche aufbauen und würde wahrscheinlich die ersten relevanten Umsätze fahren. Nur ist das für den Kunden tatsächlich gut, weil Link-Building beginnt ja nicht bei der Bewertung des Links oder hört nicht auf bei der Bewertung des Links und bei der Buchung, sondern eben geht ja weiter. Auch beim Link-Building-Artikel kann derjenige, dem ich mich jetzt anvertraue, in so einem hochsensiblen Geschäft einen guten Link-Building-Artikel schreiben. Ja, kann er das? Kann er das beurteilen? Setzt er vielleicht mal Surfer-SEO ein, um gewisse Termgewichtungen umzusetzen? Baut er vielleicht nochmal Links auf den Link-Building-Artikel rauf? Ist der Link-Building-Artikel, bietet der generellen Mehrwert? Erzielt der Keyword-Rankings und so weiter? Dann geht es ja auch weiter. Was passiert, wenn der Link mal offline geht? Garantiert derjenige, der mich hier wild über Xing anschreibt, tatsächlich, wenn ich für 10.000 Euro buche und alle gehen offline, gibt er mir das Geld zurück? Eine Frage, die man sich eben nur selbst dann beantworten kann. Ich habe es oftmals gesehen oder ich kenne auch einen speziellen Fall in jüngster Vergangenheit, wo derjenige eben nicht zurückgezahlt hat und jetzt eben geklagt wird gegen den und zwar von vielen Kunden tatsächlich. Also auch das kann passieren. Also ich würde mir die Seriosität immer ein bisschen vor Augen halten. Tendenziell halte ich nichts davon, wenn Leute Excel-Listen senden. Also das finde ich schon ein bisschen arg shady, weil da muss nur irgendwie ein Google-Mitarbeiter rankommen und das ist so leicht eigentlich. Ich frage mich eigentlich bis heute, warum Google das nicht wirklich aktiv oder proaktiv macht. Vielleicht machen sie es und ich weiß es nicht. Aber zum Beispiel bei RankSide, um auch die Frage konkret zum Link-Mark-Platz zu beantworten, haben wir es so, dass jeder, der sich registriert, erst mal gar nicht die Webseiten sieht. Er sieht nur die Metriken und kann diese buchen. Erst wenn er die bucht, sieht er eine Seite. Aber das Groß, das Portfolio sieht er nicht. Erst wenn er mit uns einen Einführungscall hatte und wir mit ihm geredet haben und ihn verifiziert haben, erst dann schalten wir ihn frei. Das ist so ein kleiner Schutz. Er ist nicht 100 Prozent, aber es ist ein kleiner Schutz, den wir versuchen, um die Publisher zu schützen. Ja, ich glaube für Publisher ist das auf jeden Fall auch ein ziemlich großes Risiko für die Link-Einkäufer. Sicherlich auch, je nachdem, wie ihr Link-Mix am Ende aussieht. Du hast ja jetzt auch schon viel über Link-Mark-Plätze gesprochen, da ihr auch selbst einen betreibt. Auch vor diesem Video wird wahrscheinlich, so wie oft vor meinen Videos, Werbung von einem anderen Link-Mark-Platz erscheinen. Lass uns doch noch mal kurz darauf eingehen. Du hast ja auch schon mal gesagt, ja, das sind jetzt vielleicht auch Backlinks, die man überall kaufen kann. Das ist ja generell eine Thematik. Ja, Links, die man kaufen kann, die kann natürlich tendenziell jeder kaufen, der irgendwie Zugang zu dieser Möglichkeit erhalten hat. Sind denn Link-Mark-Plätze wirklich noch zeitgemäß? Oder kriege ich da eigentlich nur die Reste-Rampe angeboten? Ich glaube tatsächlich, die Reste-Rampe, das würde ich gar nicht so unterschreiben, weil viele Link-Mark-Plätze, also wir zum Beispiel updaten jetzt im nächsten Monat und haben dann über, ich sage jetzt mal, über 70.000 Links drinnen im Link-Mark-Platz. Da sind schon wirklich starke Links bei. Also die Reste-Rampe wäre es dann tatsächlich nicht mehr. Es war mal so, dass sich ein Publisher, der einen Link-Verkauf offensichtlich auch schon über Excel gemacht hat, dass er sich dann jeden Link-Mark-Platz eingestragen hat. Aber mittlerweile ist das Angebot sehr, sehr groß, sodass du da wirklich gute Links tatsächlich auch erhalten kannst. Ja, zum fairen Preis. Lass uns doch nochmal auf die dunkle Seite des Link-Buildings gehen. Ja, also ich meine, die Grenzen sind ja da alle schon grau, aber so die klassischen Spam-Taktiken. Also ich habe ja generell, wenn Google von Spam und Spam-Bekämpfung spricht, immer so ein bisschen auch die Haltung, oh, da ist der berühmte Energy Drink, immer auch so die Haltung, ich glaube, die sprechen ja wirklich von den harten Jungs. Ja, also Spam wirklich im Sinne von absoluter Schrott und fast schon Scam teilweise. Da sind die Grenzen ja auch sehr schwammig. Eine der Sachen, die immer wieder auch in diesen Facebook-Gruppen und so weiter vorkommt, sind so Foren und Kommentarlinks, die man relativ leicht und günstig kaufen kann. Ich habe so eine Anekdote aus der Vergangenheit, wie gesagt, ich betreibe ja auch schon seit vielen, vielen Jahren Websites und bei einem unserer Preisvergleich-Projekte war das so, dass wir dadurch, dass wir in der Bildersuche ganz gut ranken, auch zu sehr longtailigen Produkten, haben wir durchaus ab und zu Links aus Foren bekommen auf diese Produkte, weil jemand eben gesucht hat, wie sieht das Ding aus, was hat das vielleicht für Maße oder wie auch immer und tatsächlich, es liegt jetzt schon einige Jahre in der Vergangenheit, aber tatsächlich ist uns das eben dadurch aufgefallen, weil wir dann gesehen haben, hey, irgendwas ist mit dem Produkt, das rankt plötzlich und das ließ sich jetzt aus unserer Sicht durch diesen Foren-Link zurückverfolgen. Aus heutiger Sicht oder aus professioneller Sicht würde man ja sagen, okay, Foren-Spam ist eigentlich tabu, fässt man eigentlich nicht an. Warum gibt es immer noch diese ganzen Foren-Spam-Angebote da draußen? Es ist so, also das, was du gerade beschreibst, da will ich mal ganz kurz nur darauf eingehen, also Foren-Dings eignen sich nämlich zum Beispiel genau zu dem, was du gerade sagst, dass zum Beispiel auch Produkt-URLs oder Produkte als solches durchaus in Foren gepusht werden können, weil genau das, was du beschreibst, dass die Leute eben vielleicht eine Abmaße sehen wollen oder einen Tipp geben wollen, hey, einer fragt, hey, was ist das beste Klimagerät und man antwortet dann eben auf die entsprechende Klimaanlage mit der URL. Also sprich, Foren-Links eignen sich erstmal schon mal mal weg von diesem informational getriebenen und brandgetriebenen Keywords hin zu transaktionalen Seiten, also wie zum Beispiel Produktseiten. Das ist das eine. Das andere ist, bei Foren-Links muss man sich immer fragen, welches Ziel möchte man erreichen. Möchte ich Traffic steigern? Dann geht das nämlich durchaus mit Foren. Ich gebe dir auch gleich ein Beispiel. Möchte ich die Reputation steigern? Sehe ich eher nicht in einem Forum. Möchte ich Google-Rankings beeinflussen? Ist möglich, aber eben stark abhängig vom Forum. Ich sage jetzt hier gleich vorab, einen Foren-Link für 20 Euro würde ich jetzt nicht unbedingt zwei Plätze nach vorne schieben. Aber ich will dir mal ein gutes Beispiel geben, was ich nämlich in diesem Jahr selbst erlebt habe. und zwar habe ich, ich weiß nicht Christian, ob du es kennst, die Moon Swatch. Hast du davon schon mal was gehört? Nee. Okay. Also es ist eine Uhr, die ist entstanden aus einer Kooperation mit Swatch und Omega. Moon Swatch. Das kostet glaube ich 290 Euro. Und Omegas sind sehr, sehr teuer. Und da ist ein Riesen-Hype entstanden um diese Modelle, um diese Moon Swatches. Die Leute standen Schlange an den Boutiquen, weil sie gab es nur in den Swatch-Boutiquen. Und ich habe mir eine Moon Swatch geholt und habe daraus ein Video gemacht. Ja, für meinen YouTube-Kanal. Und dann ging es darum, wie vermarkte ich das jetzt, um relativ schnell auf das YouTube-Video Views zu kriegen. Ja, und was habe ich gemacht? Ich bin also zu urforum.de gegangen. Ein großes Urforum mit über 2 Millionen Visits im Monat. Also hier sieht man schon mal, okay, so spezifische Foren funktionieren nämlich schon. Die haben nämlich schon noch Traffic. Nicht alles verlagert sich auf Diskussionen in LinkedIn und Facebook. Also Urforum zum Beispiel hat da durchaus eine Daseinsberechtigung. Und dann bin ich in die Moon Swatch-Thema gegangen. Das Thema, wo die alle diskutiert haben über diese Moon Swatch. Und da gab es über 8000 Beiträge. Über 8000 binnen Tagen, Wochen, ja, wurden diese generiert und über eine Million Views. Und dann habe ich meine Video-URL gepostet und tatsächlich eine, Christian, du weißt, so SEO-Themen sind nicht jetzt Themen, wo man 20.000 Besucher erhält, ja, pro Tag oder auf deinem YouTube-Video, sondern es ist eher ein bisschen geringer. Und ich habe das Video aber, weil ich das digital mir angeguckt habe, wie die es vermarktet haben, bei uns im YouTube-Kanal Impuls-Q veröffentlicht. Und da haben wir dann eben eines der erfolgreichsten Videos 13.000 Views erhalten. Und ein Großteil kam aus diesem Beitrag, weil er so krass besucht war und die Leute heiß waren auf neuen Content. Das heißt, wenn du einen guten Inhalt hast, in dem Fall jetzt ein Video, plus ein themenrelevantes Forum, plus eventuell sogar ein reichweitenstarkes Forum, dann bringen die Backlinks was, ja. Hier in Bezug auf Traffic, ja, auf Traffic. Hängt, wie gesagt, allerdings auch von der Stärke der Brand ab und so weiter. Also eine Hugo Boss wird jetzt zum Beispiel nicht aktiv Forenlinks aufbauen. Das wissen die gar nicht. Das machen die Leute von selbst, ja. Da würde ich jetzt, Hugo Boss hat noch nie angefragt, sie möchten für 20 Euro einen Forenlink kaufen, ja. Also was ich damit sagen will, ist, dass Forenlinks auf jeden Fall etwas bringen. Die Frage ist, wie gesagt, will man die Zeit und das Geld darin investieren, um wirklich einen guten Inhalt zu publizieren und dann eben auch einen guten Beitrag im Forum zu schreiben. Also 0815 funktioniert ja hier auch nicht, ja. Du darfst von günstigen Forenlinks keine Wunder erleben, weil, wie gesagt, oftmals sind die Beiträge schlecht, die du einkaufst, ja. Also für 15 Euro handelt es sich wahrscheinlich um einen 50-Wörter-Beitrag, der in einem Umfeld platziert wurde, was überhaupt nicht passend ist, ja. Die URL wirkt da eher wie ein Fremdkörper und die Foren sind halt nicht oftmals nicht gut besucht. Aber es geht auch anders und das habe ich dir am Beispiel gezeigt. Ja, ich habe mir kürzlich einen VW Kalifornia gekauft. Das ist so ein Campingbus und da gibt es auch zwei sehr etablierte Foren, also generell der Kfz- und Bastlerbereich und ich spreche im Moment auch mit vielen so Anbietern von Produkten. Also es gibt da auch eine riesige Schar an, ja, wirklich kleinen Unternehmen, die sehr spezialisierte Sachen für diese Fahrzeuge machen und bei denen ist es wirklich so, dass die da halt auch richtig Produkte verkaufen, sobald sie eine besondere Lösung gebaut haben, die für dieses Fahrzeug ist, die es so noch nicht auf dem Markt gab und das dann in dem Forum posten, dann verkaufen die da hunderte Stücke, ja. Und ich meine auch sowas wie MyDeals ist ja auch immer noch so eine Art Forum, ja. Also es gibt durchaus diese Bereiche und ja, da muss man dann aber wirklich, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich eher das für eine Brand machen und dann auch einen Account aufbauen, auch selber in dem Forum eben aktiv sein und nicht nur heute registriert, ohne Bild irgendein automatisch generierter Name und dann der erste Beitrag mit Link. Das Sponsoring finde ich übrigens auch mega, mega interessant, haben wir am eigenen Leib auch erlebt. Wir haben den SEO-Contest jetzt von Agentur-Tipp, Sie haben sich ja umbenannt, von SEO-Vergleich zu Agentur-Tipp gesponsort und das hat sehr, sehr viele Backlinks tatsächlich in einem relevanten Umfeld für uns gebracht oder auch Trivago zum Beispiel, die OMR, da habe ich das gesehen, das Trivago ja Chelsea-Sponsort, aber nur die Trainingstrikots, könnte man vielleicht auch als Content-Marketing-Kampagne verstehen, nur der Content ist halt dieses Trainingstrikot, wo Trivago bei Chelsea draufsteht, als Sponsor und dann das Marketing macht der Spieler selbst. Ich bin jetzt nicht so ein großer Fußball-Fan, aber sprich, die machen dann auf Instagram halt Posts, wie sie gerade trainieren und überall ist Trivago drauf und der Preis zu einem normalen, zum Hauptsponsortrikot war so exorbitant gering, dass ich das sehr smart als sehr smart empfunden hatte, aber das nur kurz als Einwurf oder als Inspiration, man kann auch mal über Sponsoring nachdenken. Gehen wir mal noch tiefer in die ganze schwarze Thematik rein, da muss ich fast hier meinen Hut wechseln, Black-Hat-Taktiken, was würdest du als wirklich jetzt Hardcore-Black-Hat-Link-Building-Taktiken ansehen? Also ich bin tatsächlich nicht so wirklich jetzt in diesem Black-Hat-Bereich, also in diesem Black-Black-Hat-Bereich, wie du hast ja schon erwähnt, die Grenzen sind hier sehr, sehr schwierig oder sehr verschwommen, nicht so ganz aktiv, aber PBN zum Beispiel würde ich schon als Taktik sehen, die irgendwie ziemlich Black-Hat ist und irgendwie auch nicht so erfolgsversprechend ist, ja. Das wäre eine Taktik. Also PBNs, diese Private-Blog-Networks, ja. Ein Thema, was immer mal wieder durch die Szene ging, ist, dass es mal, ja, ich glaube sogar bei Heise oder bei T3N oder so darüber berichtet wurde, dass es unheimlich viele, gerade offizielle Websites gibt, die ein veraltetes Content-Management-System haben. Was sich dann wiederum Spammer zunutze gemacht haben, um diese Seiten eben gezielt zu hacken und ihre Links zu platzieren. Das sehen wir halt auch durchaus häufiger mal bei Link-Audits, also ich habe da ein Beispiel, da haben wir ein, nicht das große, das alle kennen, aber ein kleineres Immobilienportal aus Berlin beraten und wir haben beim Link-Audit mit Schrecken festgestellt, dass da lauter, ich mag es kaum sagen, aber tierpornografische Keywords irgendwo in den Link-Texten auftauchen und da war es eben auch so, dass die Software gehackt wurde und dann sozusagen Doorway-Pages installiert wurden und diese wurden dann wiederum mit Spam-Links angelinkt, um dann irgendwie Rankings zu produzieren. Also der ganze Hacking-Bereich, dann kann man sicherlich auch noch das ganze Scraping, das haben wir ja auch schon drüber gesprochen, sozusagen im PR-Bereich, diese Online-PR, ich habe so ein RSS-Feed und tausend Leute posten das, aber das gibt es natürlich auch im negativen Sinne, man sollte einfach meinen Content kopieren, auch teilweise systematisch, dann vielleicht mit Dating-Links versehen, ja, meine ehemalige ursprüngliche interne Verlinkung und dann sogar teilweise mit diesen Inhalten zu gewissen Keywords anfangen zu ranken, wo ich eigentlich ranken sollte. Also da sind so einige wirklich schreckliche Sachen dabei. Du hast ja auch gesagt, der Link-Kauf endet ja nicht nur beim, oder der Link-Aufbau kann man ja auch sagen, der Link-Aufbau endet ja nicht nur dabei, ja, jetzt habe ich den Link. Es geht ja auch viel um Link-Hygiene, auch eben um diese Themen hier zu vermeiden. Welche Backlinks sind denn aus deiner Sicht schädlich? Welche sollte ich nicht aufbauen? Wovon sollte ich die Finger lassen? Kurz, was ist ein schlechter Link? Ja, da könnten wir jetzt wahrscheinlich sehr, sehr lange diskutieren. Also, die Frage hat uns dazu geführt, dass wir selber auch ein Tool entwickelt haben und zwar linkalice.com. An der Stelle, jeder, der da einen kostenlosen Zugriff haben möchte, kann mich einfach anschreiben. Willkommen mit impulsq.de, da könnt ihr mal kostenlos reinschauen. Linkalice.com, da haben wir eine Metrik entwickelt und zwar den Pair, ich gehe jetzt nicht nur auf unsere eigenen Metriken ein, ich will es aber nur mal kurz sagen, weil es was Neues ist. Der Pair, der Publisher oder das Publisher Artificial Intelligence Rating. Das Pair hat im Vergleich zu vielen anderen Metriken wie der DR, der Trust Flow, wie sie alle heißen, Sichtbarkeitsindizes und so weiter, den Vorteil, dass er aus über 20 Faktoren besteht und von drei Linkbildern angelernt wurde, also sprich, wir haben über 10.000 Webseiten manuell bewertet und haben den Algorithmus damit gefüttert und dann eben angelernt und jetzt ist er in der Lage sehr, sehr gut, also wir haben ihn täglich im Einsatz, sehr, sehr gut schlechte Links zu erkennen. Wann ist ein Link schlecht? Generell könnte man auch für ein DR, TF und Co. sagen, immer unter 20, also ist er nicht schlecht, aber unter 20 würde ich jetzt nicht viel darauf setzen, diesen Link aufzubauen. Er ist nicht unbedingt schlecht, da müsste man andere Sachen noch mit hinzunehmen, wie zum Beispiel Freshness, also man guckt sich die Seite mal an, also erstmal, wie ist das Design? Ist das gut? Ist das irgendwie State of the Art? Wie ist die Veröffentlichungsrate von neuen Blogartikeln und so weiter? Passiert da nichts? Dann ist das ein Indiz für keine Freshness und dann will ich davon eigentlich keinen Link haben, weil die Rankings auch relativ schlecht ausfallen werden. Also das könnte man sich mal angucken, generell auch den Traffic, den Content beurteilen. Handelt es sich um 0815 Content? Es gibt ja so viele Seiten, die publizieren zwar viel, aber es ist eigentlich nur 3 Cent pro Wort Textartikel. Also bei der Bewertung muss man hier wirklich sehr, sehr viel anschauen. Empfehlen könnte ich jetzt deiner Community auf jeden Fall den Pair. Wer den Pair nicht nutzen will, dann TR, TF, aber niemals separat oder isoliert betrachten, sondern immer mehrere Metriken, weil dann, es kann sein, dass die Seite einen extrem hohen DR hat, also sagen wir mal 70. Das passiert. Dann guckst du die Seite an und denkst, ja guck mal, DR70 ist mega cool, kaufe ich, hat aber gar kein Traffic, weil es sich tatsächlich um eine Expert Domain zum Beispiel gehandelt hat, wie es ja bei PBNs zum Beispiel oftmals der Fall ist. Also damit kann man eben durch die Hinzunahme weiterer Metriken auch PBNs identifizieren. Ja, da gibt es ja das, klar, dieses typische Beispiel, was der Johannes von Systrix immer ganz gerne bringt, Mr. Wong, ja, die so in dieser Webs 2.0-Zeit groß, richtig, richtig groß waren, auch durch, ja, diese Zeit unheimlich viele Links eingesammelt haben, immer noch einen riesigen Wert haben in diesen Metriken, aber eben gar keine Sichtbarkeit mehr, gar kein Traffic mehr und im Prinzip das nutzlos und wertlos ist am Ende des Tages. Absolut. Und hier, um auch mal die, oder das Thema, das wir schon behandelt haben, auch aufzugreifen, hier siehst du eben auch, oder unterscheidet sich ein seriöser vom unseriösen Link-Bilder. Mr. Wong zum Beispiel haben wir damals auch verkauft, aber damals, als irgendwie noch lief, heute verkaufen wir es nicht mehr, aber theoretisch, ich weiß gar nicht, ob die Seite noch existiert, theoretisch könnte ich jetzt zum Kunden gehen und sagen, hör mal zu, die Seite hat ein DR von, sagen wir mal, nehmen wir an, 80, der Kunde kann es gar nicht beurteilen und sagt, ja klar, kaufen wir, 80 klingt doch gut, ne? So, wenn ich jetzt aber seriös bin, müsste ich ihn theoretisch, zumindest meinen Sichtbarkeitsindex mitliefern und die Traffic zahlen und dann würde er nämlich selbst merken, dass er davon gar keinen Link haben will. Also auch das kann Indikator, die Transparenz des Link-Bilders gegenüber deiner Person zu metriken, kann Indikator dafür sein, ob es sich um einen seriösen oder unseriösen Link-Bilder handelt. Ja, und warum Backlinks nicht die eigenen einzigen Links sind, um die du dich kümmern solltest, das erfährst du in diesem Video. Schalte hier direkt ein und ja, schau dir mal mein Gespräch mit Andor Palau an, wo wir nämlich darüber sprechen. Natürlich gibt es nächste Woche eine neue Folge SEO-Driven. Bis dahin, euer Christian und danke Martin. Ciao, ciao. Hat mir Spaß gemacht.